Ich kann nicht speichern. Mache ich extra eine neue Folge? Dann müssen wir uns halt zur oberen Ebene durchcampen. Ich habe hier aber schon die Aufnahme gestartet. Ich wollte jetzt gleich duschen gehen, aber... Mache ich halt noch eine Folge. Egal. Habe ich halt sechs Folgen... Weil ich nachher auch nochmal aufnehmen wollte. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich habe hier aber auch nochmal irgendwelche Geräusche gehört. Also ich glaube hier ist auch nochmal so ein... Ja die hier wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr aufnehmen... Ich kann nicht mehr aufnehmen. Boah Team Moving! Oh der schwerer Lauf. Ja! Es lädt irgendwas auf jeden Fall. Da kommt noch mehr. Ich kann dich sehen, ja. Ich kann dich aussehen. Ich mag die gar nicht. Die sind nämlich kacke. Man weiß vielleicht nicht umsonst Nemesis, ne? Ich bin nicht sicher. Die Böden sind zu spüren. Es wird in einem Monat verletzen. Fokus. das wirkt so als wären wir ich gerade von unter beschossen und ich habe an ja ja Sollte sich hier jemand voll anstrengen. Es könnte aber natürlich auch eine Maschine sein, die hier... Samuel Wai, mal im Ernst, wenn ich noch einmal höre, dass einer, dass sich dieser Idiot über E-Zero gefahren beschwert oder wir werden alle sterben, sagt, zeige ich ihm, worüber er sich wirklich Gedanken machen sollte. E-Zero ist nur gefährlich in Staubform. Ich wünsche seinen stumpfer Schädel, würde das endlich begreifen, Sam. Damn. Dein Bolberg wartet jetzt auch nicht mehr. Ah, okay. Da sind wir richtig... Hier laufe ich nur im Kreis, oder? Ah, das ist aber noch ein, Bolberg nicht. Okay, dann fahren wir wieder hoch. Los! Warum? Okay. Ich dachte schon, Aria packt jetzt irgendwie ein bisschen weird rum, aber... Ich fühle mich nicht. Chakramwerfer... den probiere ich mal aus der ist ja ein ding aber ich glaube soviel ich weiß hat er nicht soviel hat er nicht soviel ding er macht eine menge der mensch der war auch ursprünglich meine ich ein wie gab es auch normal die hätte man auch gleich am anfang in mass effect 3 haben können es war aber früher so ein ding hat man glaube ich nur bekommen wenn man hier kingdom of amalur irgendwie als vorbesteller hatte oder mass effect 3 als vorbesteller irgendwie so das war so ein special ding und jetzt in der legendary edition gab es den halt hier im omega DLC habe ich zumindest gelesen und er ist ja auch noch die wirklich stärkste waffe im game aber er hat dafür der ultra wenig mobil wir werden nicht mehr attacken ja bereit für wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir wir haben wir haben das ist dann gleich wieder gekämpft wird wir haben wir wir haben wir haben wir wir haben wir gemacht wir haben haben wir 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 Ich bin der Weg, dann. Irene! Max! Failure imminent. so eine waffe wenn man nicht sagen muss ich weiß nicht ob sie mir gefällt weil sie macht halt so keinen direkten damage so Bei aufgerüstet, könnte ich mir den auch besser vorstellen. Oh, ich habe gar keine Munitionskraft drin. Oh, ich habe keine Munitionskraft. Ich habe keine Munitionskraft. Ich habe keine Munitionskraft. Ich habe keine Munitionskraft. Schöpfe Ich dachte, sie geht das selber durch. Sie hat es einfach gemacht. Sie ist eine Macherin. Sie hat es einfach gemacht. Sie hat es einfach gemacht. Wow, stare live over there. Das ist immer ein guter, ne? Ein guter Rad. Oder ein gutes Rad. Die Leute sind keine Pause, da kommen immer mehr. Ja, just, bleib halt einfach am Leben, ne? Ja, just give up. Stay alive. Lad. Ich kann das nicht tun, Commander. Es gibt mehr als Sie wissen, als Sie wissen. Der Reaktor hat die Lebensmittel-Systeme für viele Wards über die Station zu verhindern. Du schützt ihn, und tausend von Menschen zerstören. Du hörst das, Aria? Ja, und ich will nicht. Schützt ihn! Schemper, nicht! Probierst die Kraft entfernt von den Forrest-Fields. Ich kann es riskieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie kämpflich gegen die Mechs da, Nairin. Sehr beeinflusst. Aber? Warum kannst du das gleiche Grit bringen, wenn die Adjutant attacken? Es ist schrecklich. Du wirst auf die Mere Mention von diesen Abominations. Was wird passieren, wenn wir mehr über Nairin gehören? Sie wird wissen, was sie wirklich gemacht hat. Wir gehen weiter. Ich bin glücklich. Die Krieg beginnt. Ich meine, ich will nicht verlieren. Sie hat niemals auf die Dankeschön. Okay. Ich weiß, was ich tun, Commander. Aria, Bray hier. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can, we're coming. Got it. Rule out people. If they detonate the main column, they'll cut off the way to afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up? Yes. Nirene, lead the frontal assault. Shepherd and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. Don't get ahead of yourself. The only route to the central column is through the tunnels. ... ... Vielen Dank.